Hallo, heilig hier. Willkommen zur nächsten Folge von Dungeon Keeper. Und da müsste jetzt eigentlich der Vampir mit bei sein, weil ich habe vorher vor der Bonusmission gesagt, also in der Bonusmission ganz zu Anfang gesagt, ich würde den gerne mitnehmen. Da habe ich das Ding nämlich direkt gefunden. Da ist er. Ah, ist das die? Ah, das ist die. Ja. Okay. Ja. Das ist die. Das ist, nee, das kann nicht die letzte sein, die ich gespielt habe. Aber das ist die, an die ich mich erinnere. Einfach nur dieses, äh... Diese riesige Insel mit dem Magma-See drumherum. Wo ich jetzt keine Ahnung habe, wie soll ich denn hier einen Vampir nachher ausquartieren? Für eure Kreaturen. Das funktioniert ja gar nicht. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegnern. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt nicht genügend Gold. Na, dann werden wir jetzt erstmal ein Bett. Sollte ich auch eine Schatzkammer bauen, ne? Komm, wir bauen mal hier eine kurze Schatzkammer neben. So. Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Ja, ich musste erstmal nur anfangen. So. Ein Bett. Hühnchen. Und wie soll ich euch von den Zauberern jetzt fernhalten? Gar nicht, ne? Das ist nicht die. Das muss eine andere noch sein. Es gab eine, da gab es nämlich im Süden nämlich zwei Gegner. Da gab es eine Insel irgendwie im Norden und unten gab es zwei Gegner. Da gab es irgendwie im Mittelgang links und rechts ging es dann rein. Also jedenfalls das, wie ich es noch in Erinnerung habe. Von damals. Lang, lang ist es her. So. Da haben wir was. Jetzt müssen wir irgendwie noch trainieren. Ja, aber die Imps nicht genug arbeiten. Nur deswegen. So, wir haben wohl genug Gold. Nicht so rumjammern hier. Wir haben die Kontrolle über den neuen Raum. Oh Gott, was war das denn nochmal? Der Kröderraum. Oh, der, ach ja. Oh Gott, wo flippt. Wer war der nochmal da? Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Also zum Anlocken von irgendwas, das sagt der Name, ja, aber. Ich brauche vorhin, brauche ich heute eine Bibliothek dann wieder. Oh Gott, wo packe ich die jetzt hin? Nicht da, wo es zu laut ist. Das mögen die meisten nicht. So, geh du da gleich mal rein. Du kannst da mal trainieren. So, so, so. Weg. Was fehlt jetzt noch? Gold. Gold, 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 gold. Mehr Imps. 15. Ihr habt nicht genügend Gold. Ein neuer Sprung. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. So. Die verstehen sich jetzt doch nicht. Das heißt, ich kann die ja räumlich nicht trennen. Außer ich brauche eine zweite Bibliothek. Warte mal, wir können auch eine Bibliothek. Die klatschen sich doch jetzt gleich. Es ist doch hier auf der Karte nicht möglich, die getrennt zu halten. Außer, wie gesagt, nachher mit der Brücke hier rüber. Irgendwas hier in der Mitte finden. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Mal nicht mal in die Mitte rüber, weil ich immer noch glaube, dass das hier in der Mitte vollkommen ist. Ja. Hier drin ist bestimmt was Tolles. Oder etwas, was uns umbringt. Ich weiß es nicht. Lasst uns rausfinden. Moin, nur verwirrt. Schön, dass du da bist. Ein neuer Spruch. Geht mal gucken, da ist bestimmt was Tolles drin. Und ansonsten bringt es uns um. Wir können auch die Zauberer theoretisch aber zum Training treffen. Entlassen den Vampir, da er eh schon Stufe 9 ist. Lassen wir einfach da weiterarbeiten. Wo bist du denn sonst da? So, was haben wir noch? Drache. Renew. Noch ein Drache. Perfekt. Ach, die kam da unten jetzt raus wahrscheinlich, ne? Ne. Dachte ich jetzt. Ah. Ich würde euch ja hauen, aber dann fallt ihr in die Magma, wenn ich Pech habe. Schneller. Schneller weglaufen, okay. So ist es wahr. Brauche ich nicht. Wir sind eh anders beschäftigt. Das ist erst. Ach stimmt, Drachen können auch lesen, ne? Aber ich habe lieber trainierte Drachen erstmal. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Ihr braucht eine größere Schatzkarte. Neu, Fliegel. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. So, wie viel Platz haben wir jetzt hier? Genug. Wo sind denn die Drachen eigentlich hier? Warum die denn eure Betten? Warum die denn in ihre Betten? Wie sieht denn so ein Drachenbett aus? Haben die alle noch gar keins? Scheint so. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Wetter. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden fliegen. Keiner mag fliegen. Im Kopf. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Na, ihr habt die Feindfliegen gefunden, ne? Alter, der hat doch, der hat mehr als wir. Ich kann da doch jetzt nicht einfach rüber gehen. Kann man da einfach, ne, einfach pushen geht nicht, ne? Jetzt sagen, so, hier. Ich habe eine Stufe 10 Vampir, wir reißen das. Stufe 9 Vampir. Wir können das, wir schaffen das. Ne, ne? Da bleibt aber unglaublich viel Impfbeschwör. Ein neuer Raum wurde erforscht. Eine Werkstatt. Eine Werkstatt hilft mir gar nicht. Doch, die lockt neue, andere Kreaturen an. So, die Teuflauen zum Beispiel. Ihr werdet in Vergessenheit geraten, Keeper. Keiner zu viel. Damit. So. Und mehr Drachen. Auforscht. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Wo ist denn das jetzt? Durch den Trainingsraum? Oh. Der will es wissen. Moment, das haben wir auch. Tadada. Tötet euch. Wo seid ihr denn? Da kommt gar keiner. Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Ne, das wird jetzt unsere Brücke. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ein neuer Raum wurde erforscht. Ne, den 5x5 Trainingsraum haben wir ja. Die Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Alle hin da. Alle. Wäre voll cool, wenn ihr euch da treffen würdet. Zaubern. Ich hab den Blitz zaubern. Ich hab die Heilung auch noch nicht. Ich hab noch gar nichts. Wir. Wehe. Wir. Ihr geht jetzt euer Geld abholen. Unser neuer Vampir weiß das hier alleine. Notfalls. Ah. Da sind schon welche gestorben. Ah. Die sterben alle. Ihr habt doch noch keine Heilung. Ihr Schubetreier macht seine voll schwer. Da kommt die Verstärkung Das hilft mir ja nicht Alter was war das aber Eure Kreaturen unterliegen im Kampf So alle wieder fit So halbwegs Und schnell wieder trainieren Du wirst schnell weiter lernen Dass wir den Eilzauber schnell reinkriegen Das wäre voll cool Alter jetzt schickt hier einfach alles hin Ja ist ja gut Wir machen nichts anderes Wir schmeißen ja auch alles hin Klapscht euch doch einfach Lieber den Haufen Ich hätte halt gern den Heilzauberpohr noch gehabt Mit Knetern war genug für die Heilung Das sind sie alle Ja den Vampir auf dem links wollte ich es ungern haben Was sollt ihr hier doch alles rein werfen Ihr sollt ein paar neue Imps beschwören Eure Kreaturen unterliegen im Kampf Eure Kreaturen unterliegen im Kampf Übernehmt mal kurz einer die Brücke Eure Kreaturen werden angegriffen Meine Untergebenen werden euren Dungeon Als traurige Ruine zurücklassen Eure Kreaturen stürzen sich Das ist jetzt gleich unsere Brücke Und dann klatsch ich dem da alles vor dem Platz hier Da 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 Lass den Vampir mal ein bisschen weiter hinten stehen Der muss ja nicht direkt vorne drauf gehen Da wird ein bisschen Druck aufgebaut Rutsch und du hast gesagt ich muss schnell sein ne Ja genug Ne da geht nicht Irgendwann imps dazu zaubern Ich würd ja so gerne heilen ne Ich würd so gerne heilen Wir haben keine Heilung Wir haben keine Heilung Neue Kreaturen haben angegriffen Neue Kreaturen sind am gegriffen Neue Kreaturen sind am gegriffen Neue Kreaturen sind am gegriffen Obwohl die Glitzerne sind am gegriffen Neue Kreaturen sind mentions alle theyw ich nix im Blitzzauber oder sowas hätte Irgendwas Irgendwas Ah nein So, hier ist gleich Feierabend. Bin ich immer nicht am Kämpfen? Tatsächlich. Bin das leise angeschlichen. Na, was machen die Imps hier? Ah, kommt jetzt aber noch ein paar dazu. Einen tragen den Sieg davon. Ach, Mann. Was ist denn da? Stufe 4 Drache. Das juckt unseren Stufe 9 Vampir, aber nicht. Was ist denn schon so ein langweiliger Stufe 4 Drache? Unser Stufe 9 Vampir macht das Herz hier alleine. So, Britzel, Britzel, Britzel. Ich töte die alle. So, dann hast du da Schicht und Schaft. Also hier macht der Rest. Der Vampir ist hier ein bisschen entspannter. Tötet zweifach noch einen Imp, der hier rumfliegt. Und wir wollen flüchten, wenn wir zu schwach sind, ne? Hatten wir irgendwann mal gesagt. Was ist dem sowas von egal, den Vampiren? Was ist dem Vampir sowas von egal? Gibt es hier nachher auch ein Kreaturentransfer? Also Lob? Oh, Level steigern? So, werden die da unten das machen? Dann mache ich nämlich einen Level steigern. Dann habe ich einen 10er Vampir. Und dann gucken wir mal auf der anderen Seite. Machen wir mal auf eine Brücke rüber. Dann lasst die uns da rumgraben. Ist ja egal. Die Zeit haben wir dann noch. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Der hier unten hat schon gar kein Gold mehr. Für sich hat er... Deswegen ist er rüber. Weil sein Gold war schon weg. Ein Eingang wurde erobert. Der hat Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Jetzt haben wir auch Teufel. So. Feierabend. Das war kurz und schmerzlos. Und da ist ein Brücke rüber. Lüpp. Müssen wir nur dafür sorgen, dass unser Vampir jetzt gar nicht von den ganzen Zaubern umgebracht wird. Wobei der so mächtig ist, der wird die alle umbringen. Moin Uhu. Schön, dass du da bist. Alter, wie stabil ist denn das? Der kann doch eh nichts mehr machen. Kein einziger Raum mehr. Gar nichts. Soll ich ihm so noch ein bisschen Gold ab? Das ist nämlich eigentlich noch... Du hast das mal getrunken. Genau. Wartet mal. Wartet mal. Schneller. Ja, so. Ihr habt einen gegnerischen Keeper gesucht. Ihr habt dieses Königreich erobert. Das war's. Jetzt gehen wir auf der einen Seite gucken. Und wenn es noch ein Teil gibt, dann muss das hier sein. Das ist Level steigern. Dann haben wir es auf 10. Nee. Das ist das selbe... Also ich hab... Es ist immer noch dieselbe Gorg-Version. Ich musste nur STRG R drücken für Resolution. Und dann wird das schöner. Dann kommen wir mal kurz her. Du musst ja nicht bei denen mit in der Bücherei sitzen. Haben die hier unten nicht auch irgendwie eine Bücherei? Aber kann ich dich hier unten irgendwo alleine für den Rest trainieren lassen? Sozusagen. Du trainierst da. Was ist denn hier drin? Kreaturentransfer. Da ist er doch. Der Gegner hat den gesammelt. Das ist nicht schlimm. Kann man bitte kurz ein Imp sich das hier schnappen? Aber ich komm nicht da auch so dran. Level steigern. So. Dann gehen wir jetzt da hin. Den Kreaturentransfer. Und dann müssten wir jetzt in Stufe 10 Vampir hier irgendwo in der Liste haben. Da ist er. So soll es sein. Und nehmen den mit. Was ist denn? Und haben die... Haben diese Mission dann... Piddy! Das war schnell. Bitterfell. Die Höllenscharen waren mit echtem Enthusiasmus bei der Sache. Sie haben das Aussehen des Autos komplett nach euren Vorstellungen verändert. Oh Meister. Nun atmen wir köstliche Giftgaslüfte. Wo immer wir wandern. Zu viele Teufler mitgenommen. Wenig Giftgaslüften. Ähm. Egal. Jetzt ist leider der Abschied nicht nur für die YouTuber. Ciao. Sondern leider auch für die auf Twitch. Weil ähm. Es ist 11 Uhr. Deswegen interessant, dass diese Karte wirklich jetzt so schnell ging. Ähm. Ich würde dann... Ja. Sonntag ist wieder etwa Fortress. Und Montag machen wir mit dem Retro weiter. Mit Dungeon Keeper. Also außer ihr findet Dungeon Keeper jetzt total schrecklich. Dann natürlich nicht. Aber ähm. Ich habe bisher jedenfalls keinen Widerspruch gehört. Also wird es hier dann am Montag mit Dungeon Keeper weitergehen. Und Sonntag war Fortress. Du bist derinkleret plataform moment. Was ich aber with that in? Sert 對 vom ich mal? Ich kann jetzt rot. Ich kann jetzt nicht nur noch. Ich kann auch wenn er làm. Ich kann das mal nicht ganz schön.